Peter, da bist du ja. Sagst du Meg, dass das Essen fertig ist? Oh, Meg ist nicht da. Wie nicht da? Sie ist mit Quagmire übers Wochenende in seiner Hütte. Was? Ich hab dir ein Strichmännchen-Daumenkino gemalt, ums zu erklären. Da bin ich vom Thema abgekommen, aber sie sind in seiner Hütte. Peter Quagmire hat einen Namen für diese Hütte. Er nennt sie die Sexhütte. Nein, er nennt sie das Rhein-Raushaus. Er nennt sie das Rhein-Raushaus.